Mh, innen zart, außen knusprig. Mit Oblaten von Küchle bleibt Gebäck länger frisch. Mit dem Küchle Plätzchenportionierer wird sogar Makronen formen. Ganz einfach. Teig aufnehmen und abstreifen, Backoblate auflegen und leicht andrücken, Makrone mit dem Schieber lösen und punktgenau platzieren. Der Plätzchenportionierer von Küchle ist der einzige, den man komplett zerlegen und in der Spülmaschine oder per Hand reinigen kann. Nach dem Trocknen den Abstreifhebel am Stift des Portionierers fixieren, die zweite Hälfte am Kopf einhängen, Portionierer zusammendrücken, Abstreifkreuz fest eindrücken, zack, zack, fertig. Der Plätzchenportionierer. Jetzt wird ein Plätzchen so groß, lecker und saftig wie das andere.